Ich gehe euch kurz eine Erklärung geben, wie das Jaloba an der Zukunft in Hummeristan ein Laserschwert geholfen wird, für den Makerspace abzulasern. Wie das da aber Utilitären sind, die ziemlich gefährlich sind, eigentlich ist ihr, wann es gelieft, durch ihren Telefon auf den Laserstrahl zu gucken, weil das richtig gefährlich ist. Wenn ich gelieft, schüsst ich den Telefon nicht direkt einen Kontakt mit dem Laser. Das ist ganz wichtig. Wie ich in die Schutzbrille... Wie ihr seht, der schwarze Punkt. Das ist ein Stehpunkt, den er muss treffen. Das ist ein Stehpunkt, das ist nicht gut. Also, habe ich das? Wie ist das? Wow! 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 So, und da ist dann Offiziell Domeca Space Group Wow! Vielen Dank! Das war's! Vielen Dank! Das war's! Ich bin so schön! Das war's! Das war's! Vielen Dank!